Hallo ehrliche Leute, ich begrüße euch heute mal wieder zu einem kleinen, sagen wir, Erklärvideo. Letztes Wochenende war hier in Osnabrück unsere Saga-Convention, unsere Rollenspiel-Con, die wir dreimal im Jahr haben, beziehungsweise die Saga ist halt die erste im Frühling, und ich habe dann eine Runde The Genesis geleitet, also genau da habe ich zwei Runden geleitet, einmal The Genesis, einmal Pirate Borg in einem Dual-Master-Abenteuer, was auch sehr cool war, sich aber nicht so cool im Video vorstellen lässt. Die The Genesis-Runde war aber sehr cool und ich habe mir da so ein bisschen vorbereitet, wie kriege ich das hin, coolen Stuff zu machen, der gut funktioniert, ohne so viel Aufwand reinstecken zu müssen, und da wollte ich heute drüber reden, wie ich das gemacht habe, was vielleicht im einen oder anderen coole Inspirationen gibt. Ich habe dazu zum einen zum Gameboard gegriffen, da gehen wir gleich noch ein bisschen auf Aus, und zum anderen zu Storycubes, ich versuche das hochzunehmen, ohne dass es klappert, weil die werden sehr schnell sehr laut, die habe ich dann auch schon mal im Video vorgestellt, die Storycubes und vielleicht noch ein paar andere, die ich mit Olle gesammelt habe, und habe mir überlegt, ich möchte The Genesis-Abenteuer, das ein bisschen Richtung Spook gruselig geht, gleichzeitig möchte ich aber auch nicht mich hinstellen und das Ganze bis zum Ende durchplanen, weil wenn ich mich jetzt hinstelle und ein Abenteuer schreibe, was halt irgendwie über Seiten geht, wo ich mir ganz viele Areas genauer ausdefiniere, dann kann ich da sehr gut Spook machen, aber das ist halt sehr viel Aufwand für ein Con-Abenteuer, und ich möchte auch kein Abenteuer machen, wo ich mich hinstelle und die Spieler durch Railroad und sage, ihr geht von da nach da nach da nach da, und dann passieren auf dem Weg gruselige Dinge, sondern ich wollte das eigentlich sehr offen gestalten, dass die Spieler Dinge angehen müssen, weil aus, wir müssen etwas erreichen, halt auch meist leicht das Horror rauszuholen, das Spook rauszuholen, weil es für sie um was geht. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme halt diese Würfel und habe halt Charaktere vorbereitet, die in so eine Gruppe sind, die in so eine Ruine in Ödland reingehen und dann halt einfach interessante Punkte der Ruine abklappern, um Gewinne rauszuholen. Und habe mir insgesamt zwölf Locations zusammengewürfelt, ich habe dann immer, ich habe mir halt einfach, wie nennt sich das, Karteikarten, genau, Karteikarten, das hast du mal schon Wort genommen, habe mir die Sachen gewürfelt, immer drei Stück, habe mir die Symbole davon aufgeschrieben und mit Bleistift auch schon mal so ein, so ein paar Punkte, die mir direkt dazu eingefallen sind. Da habe ich mir insgesamt zwölf Karten gemacht, die vielleicht von dieser Halbweg sinnvoll aufgezeichnet, naja, auf jeden Fall, dass ich halt zwölf Karten habe und habe dann immer, habe dann halt einfach mal gesammelt. Habe dann zu jeder noch mir danach, so ein, zwei Tagen Abstand, eine Headline überlegt, wie ich das knackig beschreiben würde, was ich mir da zusammengelegt habe, damit ich weiß, damit ich damit gut improvisieren kann, wenn ich ab Tisch sitze. Dass, wenn ich das Ding lese, wenn ich mir nur die Headline nochmal durchlese, muss ich ein Gefühl dafür haben, was ich dort will. Und das war eigentlich auch schon alles. Und habe mir dann eine große Art Drei-Blatt genommen, was ich hier halt hätte reinpinnen wollte. Aber da habe ich halt hier meine insgesamt von da bis da zwölf Punkte drauf gemacht, die halt dann die Location sind. Und habe mir die, habe halt diese ganzen Location-Blätter mir einmal vor mir ausgelegt, in alle schönen nebeneinander. Also nicht nebeneinander, aber halt auch als zwölf Punkte. Und habe mir überlegt, welches packe ich wohin, damit ich da, damit das quasi bei eins ist, entweder ein Einstieg. Und bei zwölf ist im Zweifelsfall das coolste, was sie finden können. Und habe dann hinterher einfach noch hier so ein bisschen, die Markierung geben halt an, von wo nach wo kann man. Einfach damit sie nicht ein gerades, einfaches Board haben und sagen, wir machen so, 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 von einem Ecke zur anderen. Sondern das ist halt irgendwie so überlegen, was ist für uns vielleicht voll interessant. Und dann habe ich noch einen Stift genommen, habe einfach coole Degenesis-Symbole mit dazu gemalt, der das Ganze so ein bisschen Feeling hat, damit ich das hier drin habe. Am Anfang ganz auf dem Überlegen meinte ich so eine richtige Location mit großer Karte und hast du nicht gesehen. Aber das ist zwar cool fürs Feeling, aber eigentlich was Praktik. Und ich kann es halt hier ins Gamebot einfach reinpacken und dann funktioniert das gut. Aber es war dieses Level von, hm, brauche ich das wirklich? Ne, eigentlich nicht. Das ist, das kommt für die Runde. Brauche ich halt wirklich nur die Location und die Nummern. Und habe mir dann aus dem, fürs Gamebot gibt es ja die Marker, also die Pins zum Raufschlag, aber einfach einen für die Spielergruppe gehabt. Habe noch ein paar andere gehabt, für wenn halt irgendwie sie über ein Ort was erfahren, dass ich da schon mal einen Marker hinpacken kann, dass sie davon was gehört haben. Und es ging los damit. Und ich habe halt auch mit diesen Karten halt einen Haufen Locations gehabt mit Sachen, die da passieren hatten, aber keine so Overall-Story, die passieren wird, worum es geht. Das hat tatsächlich dann sehr gut funktioniert, dass die Spieler das erzeugt haben. Weil das Erste, wo sie unten bei 1 angekommen sind, war eine Location, wo sich gerade zwei Schrotter streiten und einer dabei stürzt, dass sich das Genick bricht und der andere da schlecht so ein bisschen die Spieler als Bedrohung sieht. Und da haben die Spieler sich halt angeschlichen, haben das halt mitbekommen und haben halt aus ihm quasi rausgepresst, wo die eigentlich hier hinwollten, um sich loot zu holen. Die wussten nämlich, dass es hier ein Labor gibt, wo cooler Stuff sein soll, weil da jemand geforscht hat, der aber kein Spitalier ist und dann vielleicht was Älteres ist. Natürlich, das ist hier oben in der Ecke. Ey. Das ist da eine Location gewesen, wo im Endeffekt, was da saß, war ein großes Labor mit Unfall drin und einem mutierten Oktopus, der mittlerweile über Wasser lebt und eigentlich auch intelligent ist und gerne mit Menschen Kontakt aufbauen will, aber das Problem hat, dass er die nicht versteht und die ihn auch nicht. Weil keine gemeinsame Sprachbasis und der dann halt versucht, irgendwie Freunde zu finden. Oder dass halt irgendwie, wenn die Spieler dann da sind, versucht sich mit denen Kontakt aufzubauen, mich mit denen anzufreunden. Und sie haben es sich halt einfach gemacht, sie sind halt hier hoch und haben entschieden, sie gehen irgendwie hier rum, haben hier bei dem war eine alte Brunnenanlage, die ich ausgeführt habe, wo der Brunnen vergiftet war, aber man noch Loot drin finden konnte. Sie haben das so quasi so ein bisschen angeguckt, entschieden, kommen wir später noch Zeit. Hier oben war ein Versteck, wo man noch hätte Schätze finden können von einer Apokalyptikerin, die die da gelagert hat und sie hatten auch richtig Spaß, das zu untersuchen, weil sie dann festgestellt haben, okay, hier sind Leute gewesen, aber es sind wahrscheinlich keine Schrotter gewesen oder etwas anderes. Da haben wir dann schon angefangen, so wer ist halt insgesamt noch hier? Hier hatten wir tatsächlich einen Kampf. Da haben sie einen versporten, entstelltes Viech gefunden, das eine Falle aufgebaut hat. Das hat quasi, da war so ein Tümpel und neben dem Tümpel war eine Lagerstelle und in dieser Lagerstelle lag noch ein Sturmgewehr und ansonsten war es recht verlassen. Und dieses Viech, was halt nicht ganz dumm ist, hat dieses Sturmgewehr dann gelegt, weil es weiß, das ist etwas, was Humanoide als cool einordnen und hat sich dementsprechend hingestellt und gesagt, hey, wenn ich das da hinlege, dann kommen die da hin und dann komme ich aus dem Wasser und klatsche die. Und das hat erschreckend gut funktioniert, dass die Spieler dann da hingegangen sind und gesagt haben, oh, ich versuche mir das zu schnappen. Das Viechte auf der Autos, ein harter Kampf entstanden, der Schrotter der Gruppe wurde gut verletzt, hat also super funktioniert. Und von da aus sind sie dann halt weiter direkt hier oben ins Labor und die Laboranlage selbst habe ich auch so ein bisschen geschrieben, von wegen große, riesige Hallegänge aus Computern und haben sie dann auf einer Seite so Schreibtische mit Computern entdeckt, auf der anderen Seite so alte Laborsäulen, hätte ich jetzt gesagt, wo man so Kryotank-mäßig und es halt nicht Kryo drin war, sondern halt eigentlich mal Nährflüssigkeit und darin Experimente gemacht wurden und währenddessen hat sie halt der Tintenfisch von oben beobachtet und es kam dann auch hin dazu, Kontakt mit ihm und sie haben dann versucht zu fliehen, weil er hat sich halt die Apokalyptikerin der Gruppe als Interessant eingeholt und weil die halt das höchste Versporungslevel hat und er am ehesten noch irgendwie das wahrnehmen kann. Sie haben es dann geschafft, sich da einmal durchzuschleichen, wichtige Unterlagen zu looten und im Endeffekt einen Harddrive mit Daten und dann wieder raus abzuhauen und dem Viech zu entkommen. War sehr cool, hatte auch gut eingeknüpft, dass die Leute da Charakterspiel machen konnten, weil halt der Spiegelteil, der dabei war, zum Beispiel gerne eigentlich Menschenexperimente macht und dementsprechend die Leute zwar heilt, aber vielleicht auch gerne untersucht, wie sie verletzt wurden und sowas und dann halt die Apokalyptikerin gerne eigentlich als Testobjekt für diverse Pillen probiert hätte und man hatte da auch irgendwo nochmal Pillen gefunden, weil wir überlegen, ob man die der Apokalyptikerin verreichen kann, haben sich damit gut beschäftigt. Im Endeffekt war dieser Stapel hier zu großen Teilen umsonst, weil wir sind halt nur hier 1, 2, 3, 6, 12 durch und alles, was hier sonst noch ist, habe ich die Spielergruppe komplett ignoriert und dementsprechend bin ich aber sehr froh, dass ich das damit gemacht habe, weil ich damit wenig Vorbereitungsaufwand hatte. Ich habe quasi die Hälfte der Vorbereitung, die ich gemacht habe, eine gute Hälfte der Vorbereitung war es umsonst gewesen und es hätte mich wirklich, wirklich gewohnt, wenn ich jetzt 20 Stunden da reingesteckt hätte, das Ding komplett im Detail auszuarbeiten und dann wird halt eine gute Hälfte davon ignoriert. Das wäre sehr, sehr schade. Hier war es halt eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, wo ich halt auch sagen kann, ich habe das jetzt hier liegen, vielleicht behalte ich es noch ein bisschen länger, vielleicht haue ich es auch einfach weg, whatever, muss ich mir noch überlegen, aber das war halt für so eine Con-Runde, die halt über 4 Stunden geht, die Leute 4 Stunden beschäftigt, eine super praktische Sache, hat halt hiermit mit denen quasi meine Inspiration super angekegelt, mir einfach Sachen zu überlegen, die ich da reinwerfe und gleichzeitig das Gameboard halt als Grundlage für, wir visualisieren für die Spieler, wie wohnt, wie das ist und holen sie halt mit diesen Locations ab und geben ihnen halt maximale Freiheit, weil im Endeffekt können sie dann überall rumlaufen, das Einzige, was das ist, sie müssen sich halt in Ruhe da drin bewegen. Wenn sie sagen, wir gehen raus, dann ist das Abenteuer halt vorbei, das ist okay, können sie machen, aber lohnt sich halt erst, wenn man Loot hat. Und dadurch, dass ich halt auch nicht vorher einen Plan hatte von, das ist die overarching Story, die da drin ist, sondern das hier sind die Locations und dann haben die Ideen der Spieler quasi angefangen, das mit Leben zu füllen, was die Overall Story ist, die da drin passiert ist, was ich dann einfach im Improvisieren einfach immer weiter einbauen ließ, sodass wir sehr gut zusammen eine Story erzählt haben, dadurch, dass ich halt dafür gesorgt habe, dass ich minimierten Aufwand in Vorbereitung habe. Minimal würde ich nicht sagen, man hätte das mit noch weniger machen können, aber dass ich halt wenig Aufwand hatte und viele, die Spiele angebe, haben die halt viel Player Agency gehabt, dann selber beizusteuern. Gleichzeitig hatte ich halt viele Möglichkeiten zu improvisieren und ich halt sagen muss, das war sehr cool, hat mir sehr gefallen, hat zum einen das, was ich an Material habe, sehr gut genutzt und hat gleichzeitig halt den Spielern genau das gegeben, was sie für so eine Runde brauchten und dementsprechend, ja, wollte ich das mal vorgestellt haben, ich weiß, nicht jeder hat ein Gameboard zu Hause, nicht jeder hat diese Menge an Würfeln zu Hause, aber irgendwas anderes, was in die Richtung geht, habt ihr vielleicht auch. Wenn man das so ein Board nicht hat, das ist praktisch, deswegen fand ich das cool, das dafür zu verwenden. Man kann natürlich aber auch einfach so einen Plan aufzeichnen. Man kann jetzt diese Würfel hier nehmen, man kann sich aber auch hinstellen, irgendwie anders aus dem Internet, einfach in großen Mengen Bilder angucken, bis man merkt, das finde ich cool, daraus will ich was machen. Also, da gibt es Möglichkeiten, da kann man kreativ sein und kann das halt nutzen, sich mit cleverer Vorbereitung den Aufwand halt zu reduzieren und trotzdem was sehr, sehr Geiles daraus zu machen. Vielen Dank.